Leute, in diesem Video gibt es einen kleinen Spoiler, was einen versteckten POI betrifft und was das mit der Fortsetzung von Revenance Kill Code Nr. 4 zu tun hat. Wer das jetzt nicht wissen möchte, sollte auf jeden Fall gleich wegschalten. Ich verlose auch in diesem Video noch die 11.500 Coins bzw. gebe den Gewinner bekannt. Und ich freue mich für den Gewinner, sehr, sehr sogar. Und erstaunlicherweise habe ich bei den Verlosungen festgestellt, in den letzten Jahren tatsächlich ist dieses Phänomen interessant gewesen. Und gerade jetzt, was die 11.500 Coins betrifft, das möchte ich mal noch loswerden. Die erste Verlosung, 1000 Coins, da haben mit die meisten mitgemacht. Bei der zweiten 6.700 Coins waren es minimal mehr und bei 11.500 Coins Verlosungen, obwohl jeder weiß, der bei der ersten und zweiten Verlosung mitgemacht hat, es sind 100 Teilnehmer weniger. Das war bei der letzten 11.500 Coins Verlosung auch schon so. Also Leute, wenn ihr gewinnen wollt, ihr müsst natürlich die Videos alle sehen. Und manchmal ist es so, dass schlecht geratetere Videos vielleicht bei euch nicht angezeigt werden, keine Glocke aktiviert ist und, und, und. Das kann alles ein Grund dafür sein. Oder ihr habt vielleicht den Kanal nicht abonniert. Denn wenn ihr das nicht macht, kann es ab und zu einfach dazu kommen, dass ihr das Feedback nicht bekommt. Achtung, Verlosung, Achtung, neues Video. Deswegen verstehe ich nicht, dass man jetzt doppelt so viele Coins wie im letzten Video bekommen kann und aber über 100 Leute weniger mitgemacht haben. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Es sind aber auch deutlich weniger Klicks. Gerade mal so 1000. Bei den letzten waren es über 3000. Das erklärt natürlich eine Menge. Aber wenn jeder weiß, was man zu gewinnen hat oder was man gewinnen kann, ist es eigentlich sehr schade. Aber es freut mich für Stammzuschauer, die vielleicht gewinnen. Ich möchte euch jetzt Gameplay zeigen. Ach so, über Cross-Progression möchte ich auch nochmal kurz reden. Machen wir zuerst Cross-Progression. Habe ich nämlich heute ein Video gesehen, leider nichts offizielles von Respawn. Heute soll ja der Rollout für das Cross-Progression weitergehen. Ob das jetzt tatsächlich heute kommt, weil sie das Problem vielleicht gefixt haben, kann ich euch nicht sagen. Ich nehme das Video, stand jetzt um 19.30 Uhr ungefähr auf. Ich habe noch nichts gelesen, aber ich habe in einem Video von einem größeren YouTuber jetzt gehört, dass es tatsächlich einige Accounts betroffen hat, die auf Null resettet wurden. Mit allem Inhalt auf Null, alles weg. Aber hier gibt es die Bestätigung definitiv von Respawn. Die sind da dran. Die kriegen alles wieder. Die werden nicht vergessen. Alles ist toll, weil das wäre jetzt das Schlimmste oder die schlimmste Publicity, die Respawn nur bekommen kann. Also Respawn ist da definitiv dran und jeder, der jetzt in den letzten Videos, wo ich auch über Cross-Progression geredet habe, gesagt habe, hier, das wurde jetzt ein bisschen verschoben oder deaktiviert. Da kam sofort, war ja klar, dass es nicht ins Season 19 kommt. Das ist natürlich Käse. Es wird kommen. Leute, schön geschmeidig bleiben, aber das ist genau die Katastrophe, die ich profilzeit habe. Wartet, gebt Respawn Zeit. Jetzt hatten sie natürlich, können wir nicht drüber streiten, das ist völlig klar, jetzt hatten sie eine Menge Zeit und trotzdem läuft es vor den Baum. Das ist genau aber das, was ich prophezeite. Es wird passieren und deswegen bitte, 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 wenn ich, wenn es Cross-Progression wieder aktiviert ist und ihr bekommt die Info und ich bin vielleicht nicht schnell genug mit der Info, Achtung, Cross-Progression. Leute, seid bitte vorsichtig. Wartet vielleicht, wenn das Pop-Up Fenster kommt, ein, zwei, drei Tage. Schaut, wie es in der Community so aussieht. Hört euch in sämtlichen sozialen Netzwerken um und schaut immer noch Probleme. Ist wieder alles weg, bevor ihr vielleicht in eine Katastrophe rutscht. Das ist nur mein persönlicher Tipp an euch. Jetzt möchte ich euch das Gameplay zeigen und danach zeige ich euch, was es damit auf sich hat. Ein versteckter PSOE hinter einer Heldswand mitten auf Stormpoint. Ich weiß wieder mal überhaupt nicht, wie das irgendwelche Leute zufällig entdeckt werden. Was ist das? Warum hat es eine spezielle Ambience auch, wenn du in die Richtung gehst? Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich habe das jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Werde ich mir nachträglich gleich noch anhören müssen, ob das nicht hoffentlich zu laut war. Und jetzt sucht er hier raus aus der Felswand. Habt ihr das gesehen? Ich mache das nochmal an und fahre mal hier ganz hinter. Und da seht ihr, zack dreht sich rum. Das ist hinter dieser Felswand. Das war, glaube ich, vor drei Tagen geleakt. Mittlerweile ist klar, es hat mit dem vierten Teil des Revenant Kill Codes zu tun. Wieder ein spielbarer Part, denn ihr habt vielleicht selber gesehen. Ich mache es gerne nebenbei nochmal an. Ihr seht Lootboxen. Wir sehen Loot im Allgemeinen. Wir sehen Türen, Gänge und so weiter und so fort. Wir werden wieder ein bisschen was zu tun bekommen, ähnlich wie wir es mit Loba und ihrem Teleportparcours, sage ich mal, schon hatten. Irgendwas wird da passieren auf Stormpoint. Ich könnte mir vorstellen, dass über diesen Felsen, wenn das aktiviert wird, wir vielleicht eine Sonderanforderung bekommen. Hier, das kannst du jetzt starten. Dann landest du wahrscheinlich irgendwo auf Stormpoint, musst diesen Platz aufsuchen und bricht vielleicht die Felswand weg, weil da nämlich eine Zip-Line hochgeht. Das kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Das war noch im Felsen drin. Da sieht man diese, na sage mal, sieht man diese Zip-Line. Da ist er. Und ich nehme mal an, dass sich hier vielleicht irgendwas wegsprengt in diesem Felsen. Zip-Line hoch und dann betrittst du den Raum und dann geht diese ganze Geschichte los. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Geht mal bitte davon aus, dass das am 5. Dezember passiert, weil am 5. Dezember kommt das nächste Collection-Event. Da bekommt auch Loba ihren Prestige-Skin. Ich zeige den hier jetzt nicht bewusst. Aus Gründen muss ich jetzt hier nicht nennen. Ich habe ihn schon gesehen. Die meisten googelt einfach Loba Prestige-Skin. Ihr werdet ihn selber finden. Er sieht, er trifft leider so überhaupt nicht meinen Geschmack, was ich sehr, 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 sehr schade finde. Aber der Dive-Trial, der sieht richtig edel aus. Um was geht es noch? Ja, der Gewinner 11.500 Coins. Natürlich, da war ja aber noch was. Und ich freue mich, denn es ist das allererste Mal, seitdem ich Verlosungen mache, dass es ein Gesicht ist, was ich auch immer mal in meinem Livestream auf Twitch und natürlich jetzt auch parallel immer auf YouTube zu Gesicht bekomme. Es ist Dr. Nox und ich freue mich so, so sehr, dass er gewonnen hat. Auch schon ein paar Mal richtig gut supportet und ist immer mal dabei. Nicht so oft wie andere Stammzuschauer. Hätte ich natürlich auch anderen Stammzuschauern gegönnt. Aber Dr. Nox ist, ich gönne es natürlich jedem, ist natürlich logisch. Aber ein Stammzuschauer, der regelmäßig einschaltet oder ab und zu mal einschaltet und dann auch für längere Zeit, freut mich persönlich auch extrem, weil in einem Livestream ist nochmal eine andere... Egal. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich freue mich einfach für einen Stammzuschauer, dass er gewonnen hat. Und ich möchte auch noch den kompletten Text einblenden. Den sieht man hier leider nicht. Rev Army, endlich, endlich. Ich habe seit Season 19 oder ich habe seit Season 19 so vermisst. Es wird so gut. Ich freue mich total. Wenigstens ein Punkt weniger auf meiner EA Bucket Gebetsliste. Danke für deine Videos und vor allen Dingen danke für deine Mühe, für deine Community. Finde ich sehr cool die Worte. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist übrigens egal, was ihr schreibt. Jeder hat dieselbe Chance. Aber ich freue mich natürlich über so einen schönen Kommentar. Ich freue mich schon drauf, dich im Match zu sehen. Vielleicht jagen wir gemeinsam ein paar Fleischsäcke über die Verlosung der Coins für die Xbox. Das wusste ich natürlich, dass du auf Xbox spielst. Freue ich mich. Wir hören uns. Haus da rein und nimm einen tiefen Atemzug, wie es sich für Caustic Mains natürlich gehört. Hätte genauso gut auch von Klaus, meinem absolut größten Stalker in der Apex Legends Geschichte hier auf meinem Kanal, der hätte genauso gut gewinnen können. Aber er hat scheinbar, ich habe alle Kommentare gelesen, alles durchgeguckt. Klaus, was ist los? Du nimmst an den Gewinnspielen nicht teil. Malst du dir da vielleicht keine Chance aus? Eigentlich sehr, sehr schade. Ich vermisse eine Menge Standzuschauer, gerade in dem letzten 11.500 Coins Video. Wie gesagt, in den letzten Videos waren es deutlich mehr, die ich gefunden habe, die regelmäßig einschalten. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr schade, dass tatsächlich fast ein Drittel weniger an der letzten Verlosung teilnimmt. Ich bin mal auf Season 20 gespannt, ob das da genauso sein wird. Ich gebe nur jedem den Tipp, wer mitmachen will, wer gewinnen will, macht bei jedem Gewinnspiel mit. Habt ihr einmal gewonnen, könnt ihr natürlich auch beim nächsten Mal gewinnen. Ich sondiere da nichts aus oder löse da nichts irgendwie los. Es sei denn, es wäre ein komischer Kommentar, wo irgendwas einfach nicht korrekt wäre. Das ist natürlich klar. Und ich, auch keine doppelten Kommentare, das lösche ich sofort. Das macht man einfach nicht und das bringt auch überhaupt nichts. So, ich bin, denke ich, raus für heute. Dr. Nox, du weißt, was du zu tun hast. Melde dich bei mir auf Instagram, damit ich dir den Code schicken kann. Und im Laufe der nächsten Tage bekommen dann alle drei Gewinner zeitgleich die Codes zugeschickt. Ich freue mich auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's für mich. Haut rein. Ciao.